snicker nicker der marke lai bei der semino in der weite h geschnitten in zwei farben erhältlich in weiß und in schwarz obermaterial ist echtes leder futtermaterial ist echtes leder in kombination mit einem stretch textil er hat ein wechselbares fußbett mit textilüberzug er hat eine schnürung und seitlich reißverschluss absatz für von bequemen drei zentimeter soll material ist eva und in den größen 35 bis 44 erhältlich also auch für unsere groß gewachsenen damen heute freut mich so als wenn weihnachten geburtstag und ostern gleichzeitig wäre denn heute stelle ich euch eine premiere von der semino vor und zwar die styling neuerscheinung snicker nicker der marke lai bei der semino ich bin natürlich schon reingeschlüpft und ich kann euch sagen dass der schuh allein wegen seinem design hingucken ist du kannst das fußbett gegen deine eigene einlage wechseln hier ist genügend platz dafür aber was auch immer wichtig ist finde ich mit der trendigen weißen running sohle wird dein bein optisch verlängert und wir sind auch ein paar cm größer dadurch und trendy macht auch diese kleinen details auf der zunge blitzen die applikation entgegen auch hinten bei der ferse sehr schön und der silberne reißverschluss der ja auch seine funktion hat denn die schnürung die stellst du einmal auf deinen fuß ein und schlüpst dann ganz bequem in den snicker mit dem reißverschluss die kleine details machen den snicker zu einem highlight in deinem schuhschlag und der guido von shopping queen wäre neidisch viel spaß also beim shoppen eure picke